Ey, da ist wieder so ne kleine Dings. Hier liegt was. Die Kettensäge! Oh nice! Jawohl, jetzt können wir doch unsere Mauer bauen, alter! Koffer sind hier. Hier sind nur die Tränke drinnen, die würde ich nicht nehmen. Naja, ich muss auch mal was essen, sag ich gerade, ich ess den Hasen. Ach süßte, ich hab ja auch noch Fleisch mitgenommen. Ja, aber wie viel verbrauchten? Oh, die verbraucht aber schon schnell Batterie, finde ich. Ja, die. Ich habe 50, 70%. Ich hab noch 79. Ey, jetzt wieder Holz. Ey, jetzt wieder was am Boden. Ja, ich komme. Im Kreuz, ich hab ein Kreuz. Ist das dann vielleicht die Wand, wo wir hin müssen? Soll das vielleicht das symbolisieren? Oh ja, dahinter ist noch ne Wand. Ah, das muss aber auch nicht tun, was würde das heißen, ne? Ach du Scheiße. Äh, ich hab was. Hast du's? Ne, noch nicht. Gucken. Ich hab ein Töck an die Beine gehört. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der Weg ist hier pflastert von Leichen. Hast du's gehört? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Warte. Äh, da sind noch, da sind noch Kannibalen. Hab mir getroffen, er brennt. Und daher. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich glaub, er kommt auch nicht durch, der Idiot. Hehehe. Ja warte, nicht, dass er gleich von hier oben rechts runter springt. Hehehe. Das würde er natürlich wehtun. Er steht nämlich hier. Ja, äh. Hat nochmal ein Brandfeier abbekommen. Oh. 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 Oh, Alter. Ist er tot? Ne. Der steht da, der kommt, der rennt. Oh. Er hat den nächsten Brandfeier abbekommen. Oh, hier ist ein Mutant. Hilf mir. Hilfe. Hinter dir. Behalt du's Schwert. Kümmer du dich um die normalen Mutanten. Ich nehme den großen. Alter, ich war Schwert, okay. Ne, weil das überall schnell ist. Ja, der ist herst tot. Er brennt wieder. Ja, ich glaube, der hält so vier, fünf Pfeiler aus. Oh, er kommt. Oh, oh. Ja, ich seh's. Alter. Da rechts haben keine Wahl. Achtung. Achtung. Ja, er hat noch ein Feier abbekommen. Ist er tot? Ist er tot? Ja, er ist tot. Ja, er ist tot. Nimm du dir die Dingshaut von ihm. Na, du kannst, wir können die beide nehmen. Ach so, ja, ich mach's kurz im Dingshaut. Komm ran, Alter. Ich bin Master Yi, Junge. Das Katana ist, glaube ich, echt gut. Alter. Man kann sich doch, man kann sich Waffen doch auch auf Schnelltaste legen, ja? Ich weiß nicht, wie ich das sehe. Ähm, doch, du kannst die, warte mal, du kannst die, wenn du auf Inventar gehst und auf deinen Rucksack, kannst du auf Schnelltasten kürze das auswählen. Ah, ja, ich seh's. Kombinieren. So, hier. Katana lege ich jetzt mal auf der 1. Ähm. Ja, links geht's noch tiefer runter, Chris. Warte mal, ich muss erst mal... Aber richtig... Ach du Scheiß, geht das da tief runter? Moment, wo waren wir und wo sind, mussten wir nicht... Äh, von da hin... Wo geht's hier oben noch lang? Weiß ich nicht, aber da links jetzt mal... Na, dann lass uns erst mal nach oben gucken, würde ich sagen. Ich hab schon wieder Hunger, ich muss einen Snicker essen. Alter, ist das dunkel mit dem Ding... Alter, ist das kuselig. Das ist echt... Üwärts dunkel. Ich glaube, ich nehme mal wieder anderen Föder. Äh, das war ein... Äh, das war ein... Äh, das war ein... Äh, das war ein... Ich mach mal wieder anderen... Na gut, mit dem anderen, mit dem Föder sieht man es jetzt nicht besser. Schön, wie dir alle... Oh, schön weggeschlitzt, alter. Äh, ja, ich kann sein wieder raus, wie es aussieht. Oh, da ist ein Lager. Ja, hab ich gerade jetzt auch. Oh, ich glaube, mit dem Blau, das fand ich doch geiler. Warte mal. Weiterspielen. So. Alter, schau mal hier. Was haben wir hier? Haufen weiße Schäle an den Ort. Oh, hier liegt ein Bild in dem Z. Echt? Ja. Ja. Ich kann es nicht nehmen. Ich auch nicht. Äh, ist das, weil wir die Taschenlampe in der Hand haben? Kann sein. Äh. Ich kann das Bild einfach nicht nehmen. Was höre ich denn? Ich höre, wenn wir ihn laufen. Ich auch. Ich auch. Ich höre keine Babys. Äh, ist das hier nicht so eine Wand, die wir sprengen können? Kann sein. Ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, was dahinter ich höre nämlich was. Ich glaube, das sind solche kleinen Baby-Dinger dahinter. Oder? Ja, Licht aber nicht interessantes, oder? Also, bis auf das Bild, aber das Bild kann ich nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob man das sprengen kann. Nee, ich glaube nicht. Wenn du das sprengen kannst, hast du meistens was, wo du was reinsetzen kannst. Ich kletter ja mal hoch. Ja, dann warte ich ja wieder unten, dann guckst du kurz hoch. Damit ja nicht alles wieder neu spawnt. Ja. Äh, hier geht's raus. Ja, okay. Ich baue ja draußen gleich wieder so eine Dingle. Ja, ich nehme mal mein Feuerzeug wieder. Das wird übrigens auch. Ach, das ist hier, wo ich meinen anderen grünen hin hatte. Ach echt? Ja, da mache ich jetzt hier rot hin. Dann kannst du die nach rot färben. Ja. Und dann ist das schick. Das ist definitiv ja rechts von mir. Ja, ja. Da ist bestimmt noch eine Höhle nebenan, die du, äh, äh, wo der hinkommen kann. Oder es ist eine andere Höhle. Naja, dass da noch eine andere Höhle ist nebenan. Aber die sich quasi neben dir hier erstreckt. Hm. So, ich war ja jetzt draußen. Ich guck jetzt mal, ob ich das Bild aufnehmen kann. Also, es ist nicht im Inventor in unserem Buch mit drin. Ich kann es einfach nicht aufnehmen, das Bild. Es geht einfach nicht. Ich weiß. Ich höre immer noch Gegner rechts von mir. Es ist locker noch eine andere Höhle. Nee, jetzt höre ich keine mehr. Ja gut, dann würde ich sagen, runter, ja. Guck einfach mal nur. Ach du Scheiße. Okay, runter. Weißt du, was auch möglich wäre, dass wir unten bei dem Loch rauskommen? Das wäre natürlich krass, wenn die erste Höhle in die wir gehen gleich die ist. Oh, jetzt war ich auch fast runtergestürzt, ey. Ach du kannst doch, ey, das Schiff drücken, stimmt. Ja, ja. Ah, ja, musst du dich in eine andere Höhle durchquetschen. Es könnte das... Ah, vielleicht ist die das hier. Es könnte tatsächlich aber auch zum Loch führen. Hier geht's nicht lang. Hörst du das? Ja, das sind auch nur normale Höhengeräusche. Also, ich höre aktuell noch nichts. Außer Höhengeräusche. Außer Höhengeräusche. Außer Höhengeräusche. Außer Höhengeräusche. Ja, ich glaube ich da Höhengeräusche. Und einfach, weil es ist so dunkel gerade. Bei mir auch. Äh, allerdings noch was. Nö, sieht nichts aus. Äh. Äh, ach du Scheiße. Oh, Alter. Sie kommen. Ja, scheiß Wichser. Ich schlitz euch auf. Aber hier in dem zuen engen Raum haben wir ja gerade echt auch... Okay, wir haben sie abgeschlachtet. Oh nein, da hinten sind die Babys. Oh nein, da hinten sind die Babys. Ja. Boah, ich muss mir, glaube ich, nochmal Pillen reinpfeifen. Da ist noch einer, der kommt gerade auf uns zu. Und ich hau mir auch einmal... Nein, jetzt hab ich Alkohol getrunken. Oder? Ja, ich glaube... Also die Babys. Äh! Verrecke, du Mistfing. Bist tot? Hinter dir! Spring dich an! Ich hab dich gerettet in der Luft, Alter. Ich töte Gott den Kannibain hier vorne. Alter sind ja viele. Warte, ich töte den Kannibain. Ich hab ein Bild auf die Sommet. Eine Zeitungsartikel. Kinder sind immer noch vermisst, Alter. Okay, ich hab den Kannibain hier gekült. Ja, ist ein Bild in der Kiste. Ist auch eine Zeitungsartikel mit Kinder sind immer noch vermisst. Alter, das sind die ganzen Kinder wahrscheinlich hier. Nee, die alle vermisst sind. Ja, wir sind überall Bibeln. Alter ist der Raum groß. Alter, Alter. Ähm, ich kenn den Raum, ja. Ich kenn die Höhle. So ein bisschen kenne ich's. Ja, das ist die, die ich kenne. Was ist ja noch was in der Ecke? Ne, ich weiß, hier kann man explodieren, ja. Ja, warte, ich mach. Äh, warte, wollen wir erst den anderen Weg vielleicht gehen? Bevor wir das aufsprengen? Na gut, dann lass uns das aufsprengen. Na gut, dann lass uns das aufsprengen. Dann können wir ja schon mal aufsprengen. Ja, ja. Spring auf. Wir haben ja aktuell zum Glück jeder genug Dynamit auch, um das zu machen. Alter, Alter. Ist dahinter was direkt? Oder ist jetzt da weiter? Oh ja, geht's tiefer runter. Ja, dann lass uns erstmal den anderen. Vor allem, du kannst einfach springen, während du geduckt bist. Ey, ich habe jemanden flüstern. Oh, meine Tasche. Ach, hier ist einer. Ach, hier ist einer. Ach, es wird dunkler, weil deine Taschenlampe leer wird. Na, das macht natürlich Sinn. Bleib mal stehen, ihr Freundchen. So, meine Taschenlampe ist, wird er. Äh, zu dir kommt einer. Alter, was soll das? Dich hat einer angeschrien? Du kannst auch blocken mit dem Schwert, aber das blocken ist echt schwach. Äh. Ist ja dumm. Äh. Ich glaub, du kommst da so einfach nicht mehr. Draus. Doch, hier, ich kann einfach hier hochlaufen. Eigentlich war es ganz schlau gewesen, eine kleine Lager voll. Ja, dass wir jetzt die ganzen Knochen mitnehmen. Ja, egal. Ja, kommen wir immer noch. Das war schon wieder. Ja. Hä? Der hat sich grad noch mal bewegt? Naja. Alter, ist das hier dunkel? Vor allem, wo geht's hier? Äh, ich hab ein Pazifist. Hast du auch eine Trophäe gerade bekommen? Nee. Ich hab ein Pazifist-Trophäe bekommen. Alter, ist das dunkel, ja. Ich geh rechts rum, du gehst links rum. Okay. Wir kommen auf der anderen Seite wahrscheinlich wieder zusammen. Ja, kommen wir. Also hier bei mir liegen aktuell nur zwei Koffer. Ja, bei mir liegen auch nur Koffer. Ich glaube, das ist die Höhle, die ich kenne. Äh. Ich hab mir jetzt gerade einen Arm entgegen geflogen gekommen. Ja, ich hab's gesehen. Passagier, äh, Passagier gefunden. Oh, ich bin ein paar Sortiere. Oh, nice. Ey, das ist wieder so eine kleine Dings. Hier liegt was. Die Kettensäge! Oh, nice! Jawohl, jetzt können wir doch unsere Mauer bauen, Alter! Ja, wir haben alles geschafft, was wir wollten. Kettensäge is on fleet! Äh, hier geht's. Ich aus dem Feuer! Aber jetzt... Wo? Dann lass uns die Typen noch holen, da verbrennen wir die, ja. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Alter, es ist so dunkel. Meine Taschenlampe, ich mach jetzt noch immer eine Höhenhelligkeit, bisschen heller. Das ist ein bisschen sehr dunkel, muss ich sagen. Ja, vor allem hab ich meine Taschenlampe überhaupt nicht mehr an, Idiot. Ja, ich hab's ein bisschen höher getreten, das ist erträglicher. Geil, die Kettensäge, die ist wie wir rufen. So, den einen Typen habe ich. Ey, wo ist denn der andere? Da lacht doch der Lack unten. Ja, ja, den hast du unten links da. Ich hab... Weil die ist noch nicht die Höhle, die ich kenne, die hat einen anderen Fluss. Ja, zwar auch so ein Raum, aber der ist ein bisschen anders. Und die Kettenwege war nicht in der Höhle. In der anderen, die ich kenne, die Kletterhaken. Okay, sehr, sehr gut. Äh, hier liegen auf dem Knochen. Äh, hier muss man mit dem Kletterhaken lang hier oben. Also hier jetzt weiter, aber hier sind zwei Wege lang. Okay, hier ist noch ein anderer Weg. Ich komm erst mal zu dir. Ach ja, hier ist mit dem Kletterhaken, ja. Äh, und bei den anderen Weg muss man schwimmen. Scheiße, also brauche ich nicht hochkommen. Ja. Okay, also müssen wir... Also müssen wir... Ja, und... Okay. Ich bin gerade überlegen, lohnt sich das hier an Marker hinzumachen? Na, wir wissen ja aktuell immer noch, dass wir in die allererste Höhle reinjangen sind. Also eigentlich ist es egal. Ja, gut, okay. Wir haben ja die Höhle noch nicht... Und den linken Weg. Wir können ja die Höhle grün lassen, damit wir wissen, hier ist noch was. Ja, ich würde die einfach immer grün lassen, weil da wissen wir, das ist der eine Eingang, den wir immer haben. So, wir müssen jetzt... Aber hier gab es doch jetzt noch einen anderen Weg, oder? Ja, da runter, da wird es dann damit aufgesprengt haben. Ach ja, genau. Ich muss doch kurz was essen, ich muss kurz ein Riechen reinhauen. Hast du die Knochen mitgenommen? Äh, ja. Gut. Komm mal wieder zu dir. Ich bin jetzt hier wieder. Wo wir es aufgesprengt haben. Na, ich komme da hängst noch mal tiefer. Was braucht man eigentlich? Also wie viele Knochen braucht man eigentlich, um sich eine Knochenrüstung? Äh, fünf Klau beworben. Du kannst auch Knochenpfeile machen. Ja, die sind stärker als normale. Ähm, hörst du das? Hier, Stampfer. Das war ich. Äh, ne, jetzt höre ich es auch. Äh, ich höre was Knorren. Ja, habe ich auch gerade. Alter. Und dahin, es sind zwei Wege nach unten. Wir wissen gar nicht, wo es genau hingeht. Ach du Scheiße, ich will da nicht runter, Alter. Ja, fast zum Läufern. Pass auf. Weil das geht nicht so weit. Ja gut, aber dann... Alter, ist das tief. Oh, Alter. Man sieht... Man sieht den Boden nicht. Oh, Scheiße. Da unten warten 100 Pro welche auf uns. Oh, Shit. Oh, Shit. Oh, Shit. Oh, Shit. Ich höre es. Ich höre... Was liegt? Oh, nice. Will ich haben. Ein Kreuz. Ach, das sind die Kreuze, die markieren, wo man die Position, die Teile für die Steinschlosspistole kriegen kann. Ja, die müssen wir uns... Ja, aber toll, wir können das andere Kreuz nicht auf. Äh, das Stampfen wird immer lauter. Ach du Scheiße. Ich bin gerade in dir. Geil. Ich habe gerade durch deinen Kopf geguckt. Und wie war es? Ach du Scheiße. Nein, Alter. Ducken, ducken. Oh, oh. Da vorne ist Wasser was reflektiert. Ich höre gerade das Stampfen nicht mehr.